Im 6. Wiener Gemeindebezirk befindet sich das ganzheitliche Kosmetik- und Fußpflegestudio von Ulrike Wenger, ihres Zeichens Kosmetikerin und Fußpflegerin. Mit ihrem Team, bestehend aus einem Kosmetiker und Visagisten sowie einer weiteren Kosmetikerin bzw. Fußpflegerin in Ausbildung, ist sie um eine perfekte ganzheitliche Behandlung für Gesicht, Körper und Füße, und zwar sowohl für Damen als auch für Herren, bemüht. Jeder Behandlung geht eine individuelle Hautanalyse voraus, die die Basis für eine erfolgreiche Betreuung darstellt. Nicht die Symptome sollen behandelt, sondern vor allem die Ursachen für eventuelle Hautprobleme gefunden werden. Das Repertoire reicht von der klassischen Kosmetik und Make-up über dauerhafte Haarentfernung, Kuperose und Besenreißerbehandlung bis hin zu Pflegekonzepten für die Problemhaut und Strategien gegen unreine Haut. Ulrike Wenger ist selbstverständlich um eine stetige Weiterbildung zur noch besseren Betreuung ihrer Klienten bemüht. Weitere Infos finden Sie unter www.kosmetik-wenger.at